Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich dir, wo ich meine ganzen Atom- bzw. Cosmos-Coins halte und wie du dir auch diesen Wallet einrichten kannst. Was ich dafür immer ganz gerne mache, ist, ich gehe auf Twitter und suche mir nach Kepler World und dann finden wir hier diesen Account und das ist der offizielle Account von Kepler. Dann drücken wir auf die Seite drauf und schon öffnet sich ein neuer Link. Jetzt drücken wir einfach nur hier unten auf Install und schon werden wir hier durchgeleitet und können jetzt das hinzufügen. Hier sehen wir dann, hier oben steht hinzufügen. Das machen wir auch einfach mal direkt, jetzt wird das geprüft und dann müsste es gleich weitergehen. Und jetzt sehen wir auch schon, das wurde hinzugefügt, jetzt können wir das anpinnen und jetzt drücken wir einfach mal drauf und schon öffnet sich dieses Fenster. Ganz wichtig, geht niemals auf Sign-in mit Google, denn wir wollen einen eigenen Account haben, der natürlich nicht irgendwie getrackt werden kann über andere Sachen. Wir gehen auf Create New Account. Hier bekommen wir jetzt zwölf Wörter, die müssen wir uns natürlich merken. Da das jetzt nur, sage ich mal, ein Probe-Account hier für mich ist und das nicht wirklich ein Account ist, den ich nutzen werde, kann ich euch das jetzt einfach zeigen. Aber normalerweise zeigt bitte das hier niemals, diese zwölf Wörter. Ich würde euch auch empfehlen, vielleicht die 24 Wörter zu nehmen und diese auch nicht auf dem PC irgendwann irgendwo zu speichern, sondern wirklich vielleicht handschriftlich, damit ihr das nur praktisch im echten Leben habt und dann hier praktisch euch damit verbinden könnt. Als nächstes nehmen wir noch einen Account-Name. Ich nehme jetzt einfach mal Test. Dann brauchen wir ein Passwort. So, jetzt gehen wir auf Next. Jetzt müssen wir hier nochmal die Wörter in die richtige Reihenfolge bringen und da wir uns nicht aufgeschrieben haben, ist das ja auch gar kein Problem. Auch nochmal hier ein sehr guter, sage ich mal, Moment, wo man das nochmal überprüfen kann, ob man alles richtig gemacht hat. Wenn nicht, kann man in dem Moment auch noch zurückgehen, das Neue machen, das ist kein Problem. Man verliert ja noch nichts, wenn man noch nichts überwiesen hat. Dann gehen wir auf Register und jetzt sehen wir All Set, Done. Jetzt können wir oben nochmal auf die Browser-Extension gehen und schon öffnet sich jetzt unser wirklich erster Cosmos-Account. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir auch schon die ganzen anderen Chains, die verbunden sind, das heißt Osmosis, Secret Network und so weiter und so fort. Dieser Cosmos-Account hat uns automatisch alle weiteren Chains praktisch hinzugefügt. Wenn neue Chains gelauncht werden, müssen wir das meistens manuell nochmal extra hinzufügen, aber an sich sollten die großen alle schon dabei sein. Das heißt, wir haben auch schon eine Juno-Adresse, wir haben eine Osmosis-Adresse und so weiter und so fort. Und das war es auch schon. Das ist unser komplettes Tutorial dafür, wie wir Kepler zum Browser hinzufügen und uns so einen Account erstellen. Jetzt zeige ich aber euch noch die kleinen Features, die wir haben. Das können wir oben die drei Striche hier benutzen. Hier kommen wir nochmal zu den Settings, da können wir noch verschiedene Sachen einstellen, genauso wie oben noch das Adressbook. Das heißt, dort können wir theoretisch neue Sachen hinzufügen. Gehen wir nochmal drauf, Name, Adresse und Default-Memo. Das heißt, dort können wir einfach schon mal ein paar Adressen reinspeichern, zum Beispiel nie von einem Freund, wenn wir da öfter hin und her schicken. Jetzt gehen wir wieder zurück. Hier oben auf dem kleinen Mann können wir nochmal einen neuen Account hinzufügen. Und wenn nicht, können wir jetzt hier die ganzen Accounts sehen, die wir haben. Hier können wir dann einfach auf die drei Punkte gehen und können uns verschiedene Sachen noch anschauen. Können wir View Manomics Seed machen. Dafür müssen wir nochmal kurz unser Passwort eingeben und dann sehen wir nochmal die Wörter, die wir eingegeben haben. Das heißt, da können wir nochmal nachchecken. Aber natürlich immer wichtig, das Passwort müssen wir natürlich immer behalten. Können wir weitergehen zu Change Account Name. Da können wir einfach jetzt mal einen Test zu Test 2 umbenennen und schon sehen wir, unser Account hat sich umbenannt. Und natürlich können wir auch unseren Account löschen. Dafür müssen auch wieder das Passwort eingeben. Und schon ist der Account wieder gelöscht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendwo neu anmelden, aber schon ein Wallet haben, gehen wir einfach auf Import Existing Account. Jetzt können wir natürlich hier unsere Seed Phrase eingeben. Moment, das muss ich nochmal machen. Und zwar haben wir uns ja gemerkt und gespeichert. Das heißt, wir können unsere Seed Phrase von vorhin einfach nochmal nehmen, einfügen, nennen wir die Test. Geben wir uns ein Passwort ein. Und schon haben wir unseren Account wieder. Und das müsste jetzt auch der gleiche von vorhin sein. Und ja, das heißt, wenn ihr das Passwort vergesst, ist das gar nicht so schlimm, solange ihr wenigstens noch die Seed Phrase habt. Die Seed Phrase wurde einmalig genutzt dafür, euch einen Account zu erstellen. Und wenn ihr immer wieder die gleiche Seed Phrase eingebt, ist das egal. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt euer Passwort wissen, solange ihr halt die Seed Phrase habt. Genauso können wir jetzt bei unserem Account hier verschiedene Sachen machen. Das ist einmal, ihr könnt hier auf Stake gehen. Dafür bräuchten wir aber erst einmal Token. Und wenn ihr jetzt praktisch diesen Account aufladen wollt, geht hier unten unter Test. Wird euch eine Adresse angezeigt. Und dann diese sendet ihr dann von eurer Exchange, die Coins. In dem Fall ist das Atom. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon zu Kepler. Mehr gibt es da eigentlich nicht viel zu wissen. Außer, dass wir halt oben diese Extension dann haben. Und dass wir unbedingt diese Seed Phrase uns im Hinterkopf behalten sollten. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Genießt die Zeit und wir sehen uns im Hinterkopf.